Hallo zusammen, besonders in der heutigen Zeit ist eine virenfreie und gut gefilterte Luft umso wichtiger, damit viele von euch gesund bleiben. Und aus diesem Grund gibt es Luftreiniger, die reinigen und säubern die Luft und entfernen Viren, Bakterien und auch andere Schadstoffe. Und da es aktuell sehr viele Modelle auf dem Markt gibt, haben wir uns die Mühe gemacht, euch mal die 5 besten und beliebtesten Modelle unserer Meinung nach herauszusuchen, welches es aktuell auf dem Markt gibt und die wollen wir euch heute mal präsentieren. Also bleibt unbedingt dran und schaut euch das Video bis zum Schluss an und würde ich sagen, starten wir auch gleich sofort durch und fangen mit Platz 5 an. Auf diesem Platz landet bei uns der Levoit Core 300 Luftreiniger. Und jetzt schauen wir uns hier mal die Vorteile direkt auf einen Blick an. Wir haben hier zum einen einen sehr guten Preis, er hat einen H13-Hepa und Aktivkohlefilter mit dabei, einen Timer und eine Schlaffunktion. Wir haben hier einen leisen Betrieb, drei Gebläse, Stufen, eine kompakte Konstruktion und eine Displaysperre. Die Nachteile leider riecht etwas, verhindert also nicht unbedingt die Geruchsbildung und ist leider keine Fernbedienung mit dabei. Die Produktdetail ist erst für Räume bis zu 40 Quadratmeter geeignet, entfernt Viren um 99,97%, hat vier Filtertypen mit dabei, hat eine schlanke Bauform, 33 Watt Stromverbrauch, ein abschaltbares Anzeigelicht und ein neutralisierter Rauch und hat natürlich auch hier drei Gebläsestufen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns diesen mal direkt hier auf Amazon an. Wir können hier schon sehen, dass dieser Luftreiniger sehr gut für beinahe jeden Raum geeignet ist. Die Anwendungsgebiete sind hier also wirklich sehr vielfältig und auch der Preis kann sich durchaus sehen lassen. Für knapp 119 Euro bekommt ihr wirklich schon einen sehr guten Luftreiniger, der auch hier mit sehr vielen Filtertypen klarkommt. Hier nochmal die Leistung, das geht auch völlig in Ordnung, da ist also wirklich kein Stromfresser. Dann schauen wir uns hier die Produktdetails an, hier wird nochmal alles erklärt, wo man und wie man den einsetzen kann und wie er auch funktioniert. Und auch hier gibt es wie gesagt mehrere Filtertypen, die auch hier für Haustiere zum Beispiel oder für Antischimmel sehr gut eingesetzt werden können. Jetzt gucken wir uns halt die Bewertungen an und auch die sehen sehr gut aus, wird hier als sehr guter Luftreiniger empfohlen. Selbstverständlich verlinken wir euch diesen Luftreiniger auch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an, da kommt ihr zu dieser Seite. Platz 4, auf diesem Platz landet bei uns der A-Bot Luftreiniger und auch hier schauen wir uns mal sofort die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier ein Toppreis-Leistungsverhältnis, wir haben einen Heba-Kombifilter, einen eingebauten Ionisator, es ist ein sehr leiser Betrieb möglich, er hat einen Nachtmodus und einen Timer, drei Windgeschwindigkeiten und die Filter sind sehr günstig. Die Nachteile, das Design ist nicht ganz so modern und er fällt aufgrund seiner flachen und hohen Bauform auch öfters leicht um. Weiter geht es zu den Produktdetails, er ist für Räume bis zu 55 Quadratmeter ausgelegt, entfernt auch hier Viren um 99,97%, hat einen 4-Stufe-Kombifilter mit dabei, eine schlanke Bauform, 45 Watt Stromverbrauch. Er kann die Luft sehr schnell reinigen, hat wie gesagt drei Lüftungsstufen mit dabei, LED-Nachtlicht und der Geräuschpegel liegt zwischen 29 und 50 Dezibel. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Luftreiniger hier auf Amazon an und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an, dann kommt ihr auch hier auf diese Produktseite und könnt ihr euch diesen nach dem Video nochmal alle Ruhe anschauen. Der Preis 129 Euro, geht wirklich völlig in Ordnung, ist hier wirklich ein sehr guter Preis und jetzt gucken wir uns auch gleich hier nochmal die Produktdetails an. Hier steht nochmal die Leistung von 45 Watt drin, ist hier wirklich mehr als ausreichend. Hier sehen wir nochmal die verschiedenen Einsatzgebiete und Produktmerkmale, auch der Timer ist hier sehr interessant, man kann ihn auch wie gesagt hier auf das Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büro problemlos einsetzen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt auch hier gleich mal die Bewertungen an, die fallen auch sehr gut aus, ist ein sehr guter Luftreiniger, es ist eine Kaufempfehlung. Es gibt hier also wirklich sehr viele 4 bis 5 Sterne Bewertungen, die diesen auch weiter empfehlen würden. Wie gesagt, wir verlinken euch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein und klickt den Link an. Und nun geht es auch weiter zu Platz 3. Auf diesem Platz landet bei uns der Tautronics TT-AP-001 Luftreiniger. Starten wir auch hier gleich mal mit den Vorteilen. Und zwar haben wir hier einen sehr günstigen Preis, wir haben hier einen 3 in 1 HEPA-Filter mit 4 Lüfterstufen, er ist auch sehr leise, stromsparend und hat eine Filtertauscherinnerung mit dabei. Und auch hier ist eine Nachtlichtfunktion mit dabei, was auch sehr praktisch ist. Die Nachteile, er ist für kleine Räume geeignet und hat auch keine Luftüberwachung mit dabei. Gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier wie gesagt Räume bis zu 20 Quadratmeter, der entfernt auch problemlos Viren um 99,97%, hat ein 3-stufiges Filtersystem, eine kompakte Größe, verbraucht nur 12 Watt, hat eine schnelle Luftreinigung, 4 Lüftungsstufen, er hat einen Schlafmodus und einen Geräuschpegel, der zwischen 25 und 45 Dezibel liegt. Und auch diesen bekommt ihr natürlich hier auf Amazon zu kaufen und auch diesen verlinke ich euch wie gesagt unten in die Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein, klickt den Link an, wenn ihr auch Interesse an diesem Luftreiniger habt. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal hier kurz auf den Preis ein. Das kann sich wirklich sehen lassen, ist ein gutes Einsteigermodell, 69,99€, eignet sich also ideal für kleine Räume wie das Schlafzimmer oder das Büro, wenn ihr euch darin oft aufhaltet. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Produktmerkmale an. Wie gesagt, auch die Leistung 12 Watt ist völlig okay, ist also auch sehr stromsparend, wenn ihr den dauerhaft in Betrieb habt. Und hier können wir nochmal die einzelnen technischen Daten sehen. Und die Funktionsweise, er kann bequem von oben bedient werden, sieht auch optisch sehr gut aus, hat ein schönes blaues Licht, macht also auch einen sehr modernen Eindruck. Auch die Bewertungen fallen hier positiv aus, perfekt im Grunde hier für kleinere Räume und auch hier sehr empfehlenswert und ein Luftreiniger, der wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her stimmig ist. Wie gesagt, wir verlinken euch unten in der Videobeschreibung, also schaut mal rein und klickt den Link an, dann könnt ihr euch das auch nochmal nachher in alle Ruhe durchlesen. Und jetzt geht es auch gleich weiter zu Platz 2 und auf diesem Platz landet bei uns der Philips AC082010 Luftreiniger. Dieses moderne Gerät hat folgende Vorteile, wir haben ja auch einen sehr guten Preis, ist ein sehr hochwertiges Markenprodukt, er hat einen sehr guten Filter mit dabei, ist stromsparend, hat eine Luftqualitätsanzeige, drei Reinigungsmodi, wir haben hier einen geräuscharm Betrieb und es ist ein kompaktes und schönes Design. Der einzige Nachteil ist wohl hier, er ist auch eher für kleine Räume wie Büros oder Schlafzimmer geeignet. Weiter geht es hier zu den Produktdetails, also ihr könnt Räume bis maximal 49 Quadratmeter damit reinigen, entfernt auch 99,9% aller Viren, hat eine Luftqualitätsanzeige, eine moderne Filtertechnologie, eine intelligente Luftreinigung, er ist sehr flüsterleise, auch sehr stromsparend, kann flexibel eingesetzt werden und auch die Ersatzfilter, die sind wirklich hier sehr günstig, also bleiben die Folgekosten gering. Den gibt es auch auf Amazon zu kaufen und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also klickt mal den Link an, da kommt ihr auch zu dieser Produktseite hier. Und dann gucken wir uns auch gleich mal hier den Preis an, das geht auch völlig in Ordnung, der kostet ja so 144,95€, schwankt ab und zu mal etwas, aber das geht auch völlig in Ordnung, wenn ihr bedenkt, dass ihr wirklich einen sehr modernen Luftreiniger habt. Hier nochmal die kurzen Leistungsdaten, das passt eigentlich auch alles soweit und da gehen wir weiter runter zu den Produktmerkmalen. Wir können hier schon sehen, dass auch das Design sehr optimiert wurde, um die Luft perfekt zu reinigen und auch hier gibt es mal einen kleinen Vergleich zu anderen Modellen. Die Wertungen, die fallen auch positiv aus, es ist wirklich ein sehr durchdachtes Gerät, was sehr leise ist und sehr geringe Folgekosten hat, auch weil die Filter halt so günstig sind. Und daher sind auch wir sehr zufrieden und wie gesagt, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, da kommt ihr auch zu dieser Produktseite und da könnt ihr das nochmal alle Ruhe anschauen. Jetzt geht es zu Platz 1 unserem Vergleichssieg und landet bei uns der Philips AC 2889 10 Luftreiniger. Schauen wir uns also auch mal hier die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben hier ein hochwertiges Markenprodukt, er ist ideal für größere Räume oder Büros geeignet, hat einen modernen Sensor mit dabei, kann sogar per App gesteuert werden. Er erfasst 99,97% aller Partikel und Viren, hat ein mehrstufiges Filtersystem, ein schönes Display an der Oberseite und hat drei automatische Modis. Der einzige Nachteil ist natürlich der etwas höhere Preis, aber ich denke mal, wenn ihr ein gutes Produkt haben wollt, müsst ihr das riskieren. Die Produktdetails, er ist für 80 Quadratmeter geeignet, er hat eine App für iOS und Android, hat eine sehr gute Filteroberfläche, eine sehr große Filteroberfläche, hat eine hohe Filterleistung, eine lange Lebensdauer, den leistenden Schlafmodus, hat günstiger Ersatzfilter und das reicht für ca. 12 Monate, erst danach müsst ihr im Grunde die Filter wieder tauschen. Schauen wir uns diesen mal auf Amazon an und auch diesen verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link an, da kommt ihr hier auch zu dieser Produktseite hier. Dann gucken wir uns auch gleich hier mal unten die verschiedenen Ausführungen an. Wir haben hier einen mit Aktivkohlefiltern mit dabei und der kann per App, wie gesagt, gesteuert werden. Der Preis ist 367 Euro, ist aktuell auch ein Bestseller Nummer 1 auf Amazon, wird also wirklich sehr gerne gekauft. Und auch wir finden, dass es wirklich hier das beste Produkt ist, was es hier aktuell in den Luftreinigern gibt. Man kann damit wirklich einiges anfangen. Hier nehmen wir mal die Produktenmerkmale, ihr könnt damit wirklich auch, wie gesagt, sehr große Räume oder sogar ganze Wohnungen problemlos reinigen. Und auch die Bedienung hier ist wirklich sehr simpel und einfach. Jetzt gehen wir mal weiter runter zu den Bewertungen, die fallen wirklich sehr gut aus. Bester Luftreiniger, die Rettung und auch alle weiteren Bewertungen fallen hier meist mit 4 oder 5 Sternen aus. Ich verlinke euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein und klickt den Link an. Unser Vergleichssieger steht also fest, es ist der Philips AC2889 10 Luftreiniger. Schauen wir uns mal die Vorteile auf einen Blick an. Wir haben ein hochwertiges Markenprodukt, er ist ideal für größere Räume geeignet, hat einen modernen Sensor mit dabei, kann per App gesteuert werden, hat einen mehrstufigen Filter, eine sehr lange Lebensdauer und einen leisen Schlafmodus. Das soll es nun gewesen sein zu den besten 5 Luftreinigern unserer Meinung nach. Wie immer gibt es alle Informationen und Links unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein und klickt die Links an. Wenn ihr mehr über Staubsauger wissen wollt, dann schaut euch doch mal unsere Seite an www.staubsaugertest24.de. Hier findet ihr wirklich eine sehr große Auswahl an Staubsaugern aus sämtlichen Kategorien. Staubsauger mit Beutel, Staubsauger ohne Beutel, natürlich Akku-Staubsauger, wir haben hier Roboter-Staubsauger und auch Waschsauger. Zudem gibt es hier sehr viele Produktberichte in Direktvergleich, da gibt es mal Testberichte und es gibt auch sehr viele interessante Ratgeber zu allen möglichen Themen. Ich bedanke mich nun fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr in dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Bis bald!